hallo liebe leute herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin gefragt worden was macht marcus samstag naja das erfahrt ihr gleich es gibt nichts schönes als morgens der gesagt jetzt mit das aus seiner eigenen fernstasse hallo samstag ist mein putztag wie gesagt zwei zimmerwohnung ist ja schnell geputzt in der brauche komme ich nicht viel dazu weil da habe ich auch bürozeit kümmere mich um meinen verein für hilfebedürftige kinder dazu gibt es einen anderen vlog muss mich dann auch um meine modelaufträge meine fotografenaufträge kümmern habe meetings wie gesagt das ist ein fluss heute wird geputzt und ich freu mich ja was nutze ich für reinigungsmittel schaut hier einmal korn und laminatpflege sowie meister propper mit verpräst ich muss sagen ich bin sehr zufrieden damit es wird sauber und es duftet gut für die glasflächen und die türen einfach ein glasreiniger und ein kleines handtuch und schon wird alles sauber während ich reinige kann ich ja schon mal eine frage beantworten wie gesagt ein fan hat mich gefragt welche lieblingstiere hast du habt ihr es gesehen delphine und ich finde die tiere einfach nur klasse super ich bin fertig jetzt in der zeit wo es trocknet geht es an die luft ich traue mich mit einer freundin wie gesagt nachher noch das badezimmer schön säubern bisschen wäsche und dann bin ich auch fertig